Bei mir auf dem Kanal bekommt ihr Gameplay-Tipps, ihr kriegt alle Infos, die relevant sind für Call of Duty, ihr kriegt Infos zu Tarkov, ihr kriegt meine ungeschönigte Meinung, ihr kriegt absolute Win-Takes und manchmal sind es auch L-Takes im Nachgang und das gehört alles dazu. Aber wenn es ein Game gibt, in dem ich mich besser auskenne als in jedem anderen Game dieser Welt, dann ist es, und das ist jetzt wenig überraschend, Call of Duty. Ich spiele Call of Duty seit fast zwei Jahrzehnten, ich habe alles erlebt, alles Positive, alles Negative, die geilsten Games, die schrecklichsten Games. Hi, MW2, willkommen! Und jetzt dieses Jahr ist es eben so, dass ich mit meiner Expertise aus den vergangenen Jahren wieder Tipps geben kann. Und zwar, Black Ops 6 kommt und es kommt mit dem Prestigesystem. Und einige von den OGs auf diesem Kanal, die dieses Video jetzt gucken, werden sich wahrscheinlich in den Kopf fassen und sagen, Alter, willst du mir ernsthaft erklären, wie Prestige funktioniert? Und ihr müsst eins bedenken, Leute. Dieser Kanal hat mittlerweile 20.000, knapp 20.000, ich hoffe mit Black Ops 6 werden wir 20.000 reißen, 20.000 Abonnenten. Von diesen 20.000 Abonnenten sind super viele in den letzten drei, vier Jahren erst dazugekommen, weil so lange gibt es mich hier erst online. Und die meisten von denen, die neu dazugekommen sind, haben auch ältere CODs zum Teil noch nicht gespielt. Das heißt, es gibt einige Zuschauer hier, die noch nie ein COD gespielt haben, was ein Prestigesystem hat. Und dieses Jahr wird für die das erste Mal sein. Und für die, plus für alle anderen, vielleicht interessiert ja meine Meinung, denn Tipps von dem alten Hasen sind ja nie schlecht erstmal, will ich euch sagen, warum Prestigen, warum vielleicht nicht und welche Tipps und Tricks man beim Prestigen mitnehmen kann. Danke, Axel, für den Thermoshaker bei Holy. Welche Tipps man beherrschen oder wissen sollte, damit man, wenn man Prestige, vielleicht noch einen kleinen Vorteil hat, zu denen, die das so ein bisschen blind machen. Was ist Prestige erstmal? Ihr levelt euren Charakter in Call of Duty bis Level 55 und dann habt ihr die Entscheidung. Es ist eure freie Wahl. Keiner braucht meckern, keiner wird gezwungen. Ihr bleibt bei Level 55 das ganze Jahr lang, habt alle Waffen freigeschaltet, dann irgendwann alle Aufsätze durch Level 55 und bleibt da einfach. Das ist Prestige 0. In irgendeinem Video vor ein paar Wochen habe ich mal fettigerweise gesagt, ihr seid dann im ersten Prestige. Entspannt euch, ihr seid im ersten Prestige, wenn ihr das erste Mal Prestige gedrückt habt, dann seid ihr Prestige 1. Wenn ihr jetzt also sagt, nö, ich habe darauf keinen Bock und Waffen nochmal neu frei leveln und das ist mir alles zu blöd und das will ich nicht und ich bin Hans und Mekka lieber oder Kevin und Pöbel lieber, dann macht ihr es halt nicht. Alles gut, viel Spaß. Für die, die aber Prestigen wollen, und das hat viele Vorteile, hat aber auch kleine Nachteile. Es ist so Abwägung. Ihr seid Level 55, ihr drückt auf Prestige, das seht ihr dann im Menü, wo ihr es drucken könnt. Ihr seid in Prestige 1 und euer Charakter ist wieder bei Level 1 und ihr müsst dieses Prestige wieder bis Level 55 spielen und könnt dann wieder Prestigen. Wie in den vergangenen Jahren, bis vor 5 Jahren, da war es jedes Jahr normal, dass wir Prestige hatten, könnt ihr 10 Mal Prestigen und wenn ihr im letzten Prestige seid, levelt ihr bis 55 und dann bis Level 1000 in diesem Prestige durch. Und dann kriegt ihr ab dem 10. Prestige immer in, früher war es mal 50er Schritte, mal 100er Schritte, die Möglichkeit, eure Prestige-Symbole, die in der Lobby angezeigt werden, zu ändern. Und bei Cold War zum Beispiel und Black Ops 4, Black Ops 3, da hattet ihr dann die Option, wenn ihr Prestige habt, BO3, BO4 war es auf jeden Fall so, Cold War weiß ich jetzt nicht mehr, dass ihr auch Prestige-Symbole nehmen konntet, die aus alten CODs waren. Also ich habe zum Beispiel in BO3, war es, glaube ich, gab es einen Drachen, einen roten Drachen, schwarzer Hintergrund für Prestige-Master, war es, glaube ich, sah unfassbar gut aus und hat dieses Prestige-Symbol in den Lobbys mit Stolz getragen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach 4-Epos, aber so war es einfach. Und darauf freue ich mich dieses Jahr sehr. Und wenn ihr dann Level 1000 seid, war der Name von euch gelb und man hat sofort gesehen Prestige-Meister. Das hat ja nicht bedeutet, dass man automatisch der beste Spieler in der Lobby war, aber es hat den Leuten gezeigt, man hat hart reingegrindet. Und das war geil und darauf freue ich mich dieses Jahr wieder. Wenn ihr Prestiget, habt ihr eben dann immer diese Stufen Prestige 1 bis Level 55, wieder Prestige drücken, dann Prestige 2, bla bla. Der Nachteil dabei ist, ihr werdet resettet, euer Waffen-Progress wird nicht resettet, also wenn ihr eine Waffe auf Max-Level habt, dann ist sie nach dem Prestigen nicht wieder Level 1, sondern sie bleibt da. Aber euer Progress, was das Freispielen der Sachen angeht, wird resettet. Das heißt, wenn ihr eine Waffe bei Level 13 erst freischaltet, habt ihr diese Waffe, wenn ihr ins Prestige gegangen seid, eben erst wieder, wenn ihr Level 13 seid. Damit das Ganze aber ein bisschen versüßt wird, bekommt ihr einen kleinen Boni nach jedem Prestige. Und nach jedem Prestige kriegt ihr die Möglichkeit, eine Ausrüstung, einen Aufsatz, eine Waffe, eine Streak, einen Perk auszuwählen, was für euch ab dem Moment dauerhaft freigeschaltet ist. Und hier machen viele Leute den Fehler. Die sagen, ey, meine Lieblingswaffe in Black Ops 6 ist die, keine Ahnung, MP5. Die möchte ich dauerhaft freigeschaltet haben. Und die kriegt ihr aber bei Level 8 oder bei 11 oder bei 13. Also ein Level, was man sehr schnell erreicht. Denn die ersten 33 Level erreicht man, glaube ich, oder die ersten 35 erreicht man immer sehr, sehr schnell. Und dann geht es eben ein bisschen langsam. Muss man mal ein bisschen was tun, bis man wieder 55 ist. Und natürlich möchte man bei Prestigen etwas nehmen, was man A eigentlich immer spielt, was B möglichst spät erst durch die normalen Level freigeschaltet wird, damit es sich halt auch lohnt, weil dauerhaft etwas freischalten, was ihr sowieso nach anderthalb Runden immer habt, macht wenig Sinn. Und drittens wollt ihr etwas freischalten, was euch auch in den Runden durchgängig hilft. Bringt euch nichts, wenn ihr eine Semtex-Granate cool findet, aber die jetzt nicht wirklich einen Unterschied macht. Und deswegen muss man gerade jetzt beim BO6-Release einmal darauf achten. Wir haben ja ein neues Audiosystem bekommen, dazu separates Video am Donnerstag. Man muss natürlich gucken, wie das Audiosystem ist. Gehen wir davon aus, dass die Steps gut hörbar sind, was okay ist, solange man eben einen Counter hat, was Dead Silence, Ninja, Totenstille ist, würde ich persönlich, wenn die Steps insgesamt laut sind, immer gucken, dass das allererste, was ich mir dauerhaft freischalten möchte, Totenstille ist. Denn in einem Multiplayer, dass ihr eure Steps auf ein Minimum bis Null reduzieren könnt, ist, glaubt mir das, mit Abstand, seit Anbeginn von Call of Duty, das aller, aller, aller wichtigste Perk. Und dieses Perk spielt ihr in der Regel in jeder Klasse. Das heißt, Totenstille kommt oftmals sehr spät, erst bei Level 40, 45, 50. Mein Tipp, Totenstille, Ninja, Dead Silence, wenn eure Footsteps sehr, sehr laut sind. Tipp 2, wenn ihr wirklich eine absolute Lieblingswaffe habt und euch interessiert der Tarnungsgrind gar nicht so sehr, guckt, dass ihr euch die Lieblingswaffe dann aussucht, die möglichst spät im Level erst freigeschaltet wird. Wenn ihr eine geile, keine Ahnung, MK17 habt, die ihr absolut feiert und ihr müsst euch bedenken, durch jede Season und durch jeden Patch können die Waffen stärker und schlechter werden, aber dann bleiben wir so. Dann wollt ihr eine Waffe nehmen, die natürlich von eurem Level her sehr spät freigeschaltet wird, jedes Prestige. Und spät meine ich alles, was so nach Level 25 ist, weil bis Level 25 muss man schon, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird, 3, 4, 5 Multiplayerrunden spielen. Ist immer ärgerlich, wenn ihr dann eure Waffen nicht spielen könnt, die ihr unbedingt spielen wollt. Wenn ihr im Tarnungsgrind seid, würde ich sogar so weit gehen, dass man guckt, welche Waffen sehr spät freigeschaltet werden und überlegen, ob wenn ihr die vielleicht zuerst schon machen wollt, ob ihr die dann schon freischaltet, dann müsst ihr für euch selber entscheiden, was ihr in diesem Jahr in Black Ops 6 machen wollt, weil vielleicht wollt ihr nur auf Gameplays gehen, dann könnt ihr natürlich machen und da gibt es dann auch wieder Assi-Youtuber mit Neffen-Accounts, die das irgendwie alles normal finden und geistig bis sie zurückgeblieben sind. Muss jeder für sich selber machen. Tipp 3 bei dem Ganzen. Da denken immer viele gar nicht dran. Es gibt verschiedene Streaks in Call of Duty, die sind seit Anbeginn der Zeit so stark und so wichtig, dass man sie eigentlich immer spielen. Zum Beispiel die Drohne, Konterdrohne, Hater, VTOL-Jet. Das sind alles Streaks, die man eigentlich sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft spielt und gerade sowas wie Drohne, Konterdrohne kriegt ihr in der Regel relativ früh. Sowas wie ein VTOL oder ein Hater oder ein Orbi oder ein V-Set oder wie auch immer es dann wieder heißen wird, kommt meistens immer erst relativ spät freigeschaltet. Irgendwas bei Level 40, 50 manchmal. Wenn ihr ein geiler Gamer seid und ihr wisst, ihr könnt den öfter erreichen, dann macht es durchaus Sinn, sich direkt am Anfang den V-Set, den Orbitalsatelliten freizuschalten, dass ihr, selbst wenn ihr Level 2, 3, 4, 5 in einem Prestigemodus seid, dass ihr trotzdem die Chance habt, von Anfang an eure Gameplays zu spielen und eure Streaks zu spielen. Und gerade Streaks sind etwas, was den großen Unterschied für mich zu Battlefield macht, auch wenn Call of Duty, Battlefield zwei grundsätzlich verschiedene Games sind. Jede Runde die Möglichkeit haben, verschiedene Streaks zu erspielen. Das ist etwas, was mir persönlich Spaß macht, weshalb ich Call of Duty eigentlich mal so mochte und weshalb andere Games wie X-Defined und Battlefield, und das ist nur ein Grund, Leute, jetzt braucht mich kein Battlefield-Freund oder X-Defined-Freund hier fronten, das ist nur einer der Gründe, warum ich diese Games nicht so sehr mag, macht einfach für mich einen großen Unterschied. Das heißt, wenn ihr seht, ist der Orbi erst bei Level 53, überlegt euch, ob ihr den im ersten oder zweiten Prestige euch direkt freispielen wollt. Ihr seht also, bei dem ganzen Prestigen macht es durchaus Sinn, darauf zu achten, wie spät kriege ich diese Sachen, die ich haben will, wie oft nutze ich diese Sachen, die ich haben will und wie stark sind diese Sachen, die ich haben will. Und das ist so dieser kleine Bonus, den man eben dafür bekommt, dass man sein Level resettet und mehr oder weniger bei Level 1 wieder oder wirklich bei Level 1 wieder anfängt und zum nächsten Prestige zu gehen. Zum Abschluss, für wen lohnt sich Prestige? Meiner Meinung nach für eigentlich jeden Gamer, der mehr als zwei Stunden pro Woche spielt, weil seien wir ehrlich, wenn ihr eine Stunde pro Woche Call of Duty spielt, das ist echt wenig, das ist einmal die Woche drei Multiplayer-Runden oder vier, dann ist Prestige für euch egal. Dann genießt das Game, die einmal die Woche, die ihr Zeit habt, die zwei Stunden am Fernseher, die ihr vielleicht Zeit habt, spielt ein paar Multiplayer-Runden, levelt den Account irgendwann auf Level 55 nach vier, fünf Wochen, behaltet eure Waffen und gönnt euch einfach. Für jeden anderen, und das betrifft wahrscheinlich so 90% von euch, die mehr als zwei Stunden die Woche spielen. Prestige. Ihr habt mehr Spielspaß, ihr habt längeren Spielspaß, ihr habt durchgängig eine Herausforderung, eine kleine Herausforderung, aber es ist wie die Karotte vor dem Mund, wenn man danach jagt. Und ihr habt einfach neben dem Tarnungsgrind und dem Zocken mit euren Jungs was zu tun, was den Spielspaß in anderen Games, also in anderen Call of Duty's, in der Vergangenheit deutlich verlängert hat. Gehe ich auf Prestige? Selbstverständlich. Meins ist, oder meine Frage ist, wie schnell bin ich Level 1000? Und ich freue mich sehr darauf, weil das so Dinge sind, die mir in Call of Duty's über Jahre gefallen haben, die jahrelang weg waren. Und während ich, glaube ich, zu Recht die Entwicklung von Call of Duty kritisiert, weil die karastrophal schlecht ist, sind solche Sachen wie Treyarch gibt uns unser Prestige zurück, coole Ankerpunkte, an denen ich mich festhalte, wo ich hoffe, dass so ein bisschen erloschene, unterkühlte Liebe für diese Franchise vielleicht wieder ein bisschen zurückkommt. Vielleicht macht das keinen Unterschied und das ganze Game ist grottenschlecht, das kann genauso sein, aber ich habe Hoffnung und freue mich einfach drauf. Wann prestiget ihr? Wie prestiget ihr? Was steilt ihr euch frei? Freut ihr euch drauf? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, unterstützt den Kanal, unterstützt den Shappy, kauft euch Spekulatius, bald ist Weihnachten, ich bin raus.